Ja gerade, sich drücken, hä? Wollt ihr nicht auch, dass ihr mal euer Bein wegschießt mit dem kleinen Jimmy? Wie komm ich jetzt auf kleinen Jimmy, hä? Das will ich, glaub ich, gar nicht erst wissen. Okay, hier oben, boah, mit ihren scheiß Mörsern da, das nervt total. Jetzt haben sie noch zwei Nomadekanonen und ein Tankkiller? Ist das ein Tankkiller? Ich glaub schon. Ja, das hat zwei Raketen, Lancer hat, glaub ich, nur eine. Und warum sollte man jetzt noch Tankkiller, noch Lancer haben, der Feind? Feind hat doch normal immer die höchstmögliche Vernichtungsmaschinerie, oder? Also normalerweise ist der immer zwei Stufen vor einem. Und fahrt ihr jetzt los, um das Ding aufzurüsten, oder wie sieht das aus? Was macht überhaupt mal Forschung? Ach, die forscht noch. Okay. Ihr seid fertig repariert, oder warum steht ihr so da rum? Ja. Das haben wir da an die Front, Jungs, an die Front. Wie viele Einheiten habe ich denn? 20 Einheiten? Oh, das geht. Das geht doch. Produktion abgeschlossen. Produktion, das bist du. Woher ist man da hin? Okay. Okay, wir kriegen das. Nein, die müssen hier gar nichts aufrüsten. Und ich baue noch einen Flugzeughanger irgendwo. Würde ich eine Find. Ah. No, wow. Ah, da ist noch Platz. Ausgezeichnet. Speichern. Haben wir noch Zeit? Oh Gott, wir haben noch Zeit. Das ist... Ist ja nicht abnormal, wie viel Zeit wir doch haben. Da unten ist alles ziemlich gut gesichert, würde ich mal sagen. Ja, doch. Also, die Basis da platt machen. Da ist, glaube ich, noch eine Basis. Da ist noch Platz für einer. Es ist aber schon ja noch eine. Oh, da oben ist noch eine Ölquelle, ne? Jam, jam, jam. Die werde ich gleich mal mitnehmen. So, 21 Einheiten. Klingt doch gut. Und jetzt, wo ich keine Einheiten mehr baue, sind auch so viel Energie plötzlich da, ne? Ja, genau. Hör auf, Einheiten zu bauen, du hast wieder Energie. Konstruktion abgeschlossen. Wer das halt was bringt, ist die andere Frage. Aufrüsten? Wir wollen ja auch was bauen können. Was? Das war, glaube ich, ja. So, die haben da oben noch eine Fabrik stehen. Denkt mich. Okay, Moment, langsam. Ja, sei die mit Ketten, ne? Gut, dann schafft ihr das vielleicht sogar. Hm. Ja. Geile Scheiße. Pff. Konstruktion abgeschlossen. Geil. Geil. Pff. Entdeckt. Moment, das mach ich. Das muss ich nochmal machen. Äh, 18, 8. Oh, ist das so spät? Gott, ist das so spät? Egal, ich mach weiter. Ich mach. Ich mach.